Am 15. Januar 2010 öffnete das Leon-Fuku-Gymnasium in Hoyerswerda seine Türen zum Fuku-Abend. Eingeladen waren besonders die Schüler und Eltern der jetzigen vierten Klassen sowie Interessierte aus Hoyerswerda und Umgebung. Diese hatten die Möglichkeit, sich über die kontinuierliche und erfolgreiche Unterrichtsarbeit am Gymnasium zu informieren. Wir sind ein städtisches Gymnasium hier in der Stadt Hoyerswerda, ein sehr modernes Gymnasium, wir sind vollständig saniert. Und wir haben zwei ganz, ganz starke Bereiche, neben dem allgemeinen Lernen und der guten oder sehr, sehr guten Betreuung bei uns an der Schule, den Sportbereich und den künstlerischen Bereichen bei uns am Gymnasium. Der Name Leon-Fuku-Gymnasium ist ein sehr ungewöhnlicher Name. Es gab in den Anfang 90er Jahren durch die Schüler den Aufruf, hier einen Namen finden zu wollen, nicht durch die Administration, nicht durch die Leitung. Und dann hat sich gemeinsam zwischen Schülern, Eltern und der Schulleitung hat sich dann dieser Name insgesamt in ein Abstimmungsverfahren durchgesetzt. Also es hat ganz konkreter Leistungskurs Physik vorgeschlagen. Wie viele Klassenstufen gibt es hier? Es gibt die Klassenstufen beginnend ab der 5. Klasse bis zur 12. Klasse. In Sachsen wird ja bis zur 12. Klasse oder ist ja auch gut bis zur 12. Klasse das Gymnasium besucht und gibt dann das Zentralabitur. Der Fuku-Abend fand in diesem Jahr bereits zum dritten Mal statt. Letztendlich präsentieren wir uns unseren Gästen, also den neuen Schülerinnen und Schülern und den Eltern und Großeltern. Aber was auch genauso wichtig ist, wir präsentieren uns unseren Schülerinnen und Schülern, die jetzt hier sind, oder sie präsentieren sich mit ihren Ergebnissen des Lernens, mit dem, wie sie hier leben und lernen, für ihre Eltern, für ihre Großeltern und für ihre Freunde. Vielfältige Informationen gab es an diesem Abend zum Thema Lernen in der Orientierungsstufe und zur Begabtenförderung, in der auf individuelle Stärken und Begabungen eines jeden Schülers eingegangen wird. Ebenso gab es Auskünfte zu den Profilen, zum fächerverbindenden Unterricht und zum Umgang mit modernster Multimediatechnik, sowie zu besonderen Kursangeboten. In den naturwissenschaftlichen Fachräumen gab es für Kinder und Erwachsene beim Experimentieren viel zu entdecken. Hier im Chemiekabinett führten die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel ein Märchenspiel auf, in das so manches Experiment eingebunden war. Gefährliche Explosionen, nicht brennbares Papier oder brennendes Wasser lösten bei vielen Besuchern Erstaunen aus. Auch bei den Versuchen im Physikunterrichtsraum herrschte reger Andrang. Hier konnten einige Experimente auch selbst durchgeführt werden. Wie in jedem Jahr lohnte sich auch ein Blick in die Kunsträume und Kunstwerkstätten, wo die jungen kreativen Künstler ihre Werke präsentierten. Außerdem gab es an diesem Abend Einblicke in die Arbeit des Biologieunterrichts. In der Aula des Gymnasiums präsentierten sich viele musikalische Talente und gestalteten hier ein kurzweiliges Programm. Stolz können die Schülerinnen, Schüler und Lehrer auf ihre Schule sein, denn das Foucault-Gymnasium in Hoyerswerda erfreut sich schon seit vielen Jahren eines regen Zuspruchs. Der Zulauf in Sachsen und speziell hier in Hoyerswerda und auch für das Foucault-Gymnasium ist ein sehr, sehr guter Zulauf. Ich sage mal, wir sind in Hoyerswerda die Nummer eins. Wir haben seit mehr als 13, 14 Jahren den größten Anmeldezahn bei uns am Gymnasium, haben sehr, sehr gute Abiturergebnisse. Ich denke, dass wir es wichtig haben, einen guten Wohlfühlfaktor bei uns an der Schule. Und insgesamt haben wir in dieser Stadt aber auch einen sehr, sehr großen Übergang ans Gymnasium, weil die Gymnasien hier sehr attraktiv sind. Drei Gymnasien in Hoyerswerda, wie vertragen die sich untereinander, also vertragen in Anführungsstricken? Ja, wir sind vom Gesetzgeber her verpflichtet zu kooperieren. Das machen wir auch in bestimmten Kursbereichen. Aber natürlich stehen drei Gymnasien in einem ganz, ganz gesunden Wettbewerb, aber nicht gegeneinander, sondern das ist das Gute, um die besten Konzepte. Und diese Konzepte begreifen bei den Mädchen und Jungen für gutes oder sehr gutes Lernen, eben für gute Spezifika jeder einzelnen Schule. Sollten wir Ihr Interesse an dieser Schule geweckt haben, dann können Sie gern weitere Informationen erhalten. Setzen Sie sich ganz einfach mit dem Gymnasium in Verbindung. Sicherlich ist für den einen oder anderen eine interessante Perspektive dabei, was die schulische Ausbildung Ihres Kindes betrifft. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.